Am Mittwochmittag gegen 12.20 Uhr kam es auf der Kreisstraße 76 zwischen den Ortslagen Tulling und Heidenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine der unfallbeteiligten Personen leicht verletzte. Der 75-jährige Fahrer eines PKW Mercedes-Benz befuhr die K76 von Heidenburg in Fahrtrichtung Tulling. Die 62-jährige Fahrerin eines PKW Renault befuhr selbige Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung und verstieß nach bislang vorliegenden Erkenntnissen hierbei gegen das Rechtsfahrgebot. Beide Fahrzeuge tossierten sich seitlich und kamen jeweils im Straßengraben zum Stehen. Die K76 wurde im Zuge von Bergungs- und Aufräumarbeiten für etwa eine Stunde voll gesperrt. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Moorbach, die Feuerwehr Ostalfang Berglicht Heidenburg sowie das DRK Ostalfang Schweisch und Hermeskeil mit Notarzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eliab Remember im Auftrag des ZDF für funk, 2017 ich competitive hierher auf dem den Tach am an PortFF Vielen Dank.